Im Vollmond im Löwen möchten wir ins Leben gehen. Hier dürfen wir hinschauen, was hält uns noch fest, wenn wir uns jetzt im Chaos befinden? Führt uns die jetzige Energieschwingung hin, um all unsere Ziele zu verwirklichen? Es geht jetzt um das Ich und Wir. Je mehr wir uns in unserer Selbstliebe befinden, können wir ins Leben gehen. Wir fühlen uns stark und gefestigt. Wenn wir im Ego gefangen sind, überhören wir unsere innere Stimme, sind stolz, ich bezogen und arrogant. Smaraná Smaraná Wer mich noch nicht kennt, ich bin Marianne Selina, ein Medium aus der Smarana-Gruppe. Wir sind eines der größten Online-Portale im deutsch sprechenden Raum für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Wenn du meine neuesten Botschaften erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. So dürfen wir im Löwen auf der Bühne stehen, erschaffen von allem, was wir wollen, unsere Talente erkennen und umsetzen, sowie spielerisch im Leben sein. Wir nutzen unseren Mut, um unser eigenes zu leben, in die Freiheit zu gehen, ohne die Angst, Fehler zu machen und sich zu blamieren. Wassermann und Löwe unterstützt unsere Talente zu leben, in der Öffentlichkeit frei zu kommunizieren, ohne Lampenfieber und Ängste. Verlust und Versagensangst kann hier aufgelöst werden. So bleibe in der kommenden Meditation bis zum Ende dabei, du wirst eine sehr große Befreiung erfahren. Zeige dein eigenes, das, was du kannst. Verstecke dich nicht, übe dich im Sprechen, im Kommunizieren. Alle Planeten, welche jetzt im Vollmond stehen, können dich unterstützen, Verborgenes, Unterdrücktes aus dir hervorzuholen. Ein Prozess, welcher noch etwas anhält. Alles, was jetzt geschieht, führt dich in dein wahres Selbst hinein. Alles, was sich dir noch chaotisch zeigt, hier gilt es, Ruhe zu bewahren, genau hinzuschauen. Wenn du hier Hilfe und Klarheit brauchst, melde dich gerne bei mir. In einer Heilsitzung zeigt sich vieles, was sich auflösen darf. Wenn du dich mehr mit den Energien deiner Sterne und der monatlichen Mondreise erfahren möchtest, kannst du dich in der monatlichen Gruppe anmelden. Ich poste auch hier in der Community auf YouTube die täglichen Tagesenergien kostenlos und du findest hier immer die passenden Videos zur täglichen Mondenergie, welche du zu dir passend in jedem Moment dir anhören kannst. Hier ist es egal, ob der Mond sich in Voll- oder Neumond befindet. Du findest deine eigene, momentane Mondphase, welche dann für dich richtig und gut ist. Ebenso erfährst du in meinen Webinaren mit den zwölf göttlichen Strahlen alles über altes Wissen. Dieses Wissen ist immer aktuell und die richtigen Energien der neuen Zeit. Oder du kannst in meinen Webinaren Engelmedium vieles erlernen, um mit neuen Energien zu arbeiten. Ich stelle dir all die Links unter dem Video ein. Ihr Lieben, so vieles durften wir bereits auf unserer Mondreise in Heilung bringen. So mögen wir uns nun auf der weiteren Reise in den heiligen Feldern der Nähe Gottes nochmal genau ansehen, was gehört zu mir, welche Ziele habe ich in meinem Leben gesetzt und wie kann ich dies zu meinem Wohle umsetzen. Übrigens findest du auf meiner Webseite das Webinar Quantenheilung. Hier kannst du alles in Heilung bringen, was dich noch in der 3D hält. Hier findest du auch meine monatlichen Livestreams. Wir beschäftigen uns mit den Energien der neuen Zeit. Hier erlernen wir, wie wir diese im Alltag nutzen. Auch gibt es in den Livestreams neue Aktivierungsenergien. Diese Links findest du ebenfalls unter dem Video. So sei nun gespannt, komme mit zur Meditation und bleibe bis zum Ende dabei, da wir vieles auflösen werden, was ich in diesem Vollmond befreien möchte. Komme nun mit zur Meditation. So lasse dich fallen in deinen Herzensraum hinein. Lasse in deinem Herzen die Sonne entstehen. Nimm ihre Strahlen wahr und nimm wahr, wie sie überall deine Körper hinaus strahlen. Mit jedem Atemzug sich ausdehnt, ganz weit um dich herum. Nimm in deiner Mitte wahr, wie der Frieden in dir entsteht. Wie du immer ruhiger wirst. Nimm über deine Fußchakren die Verbindungsmutter Erde wahr. Lasse deine goldenen Lichtwurzeln ganz tief im Schoß der Mutter ankommen. Und nimm wahr, wie sie sich dort geborgen fühlen, im Schoße der Mutter baden. Und nimm wahr, wie sie dich in ihren Schoße hält und trägt. Genieße die Energie. Fühle nun, wie das Licht der Mutter Erde zu dir nach oben in dein Herz hineinfließt und ein weiterer Lichtstrom nun über dein Schädeldach zur göttlichen Quelle fließt. Bade im Schoß deiner göttlichen Eltern. Fühle, wie sie dich tragen und halten, lieben und herzen. Nimm die Energie ausdehnen wahr und nimm wahr, wie sie zurück in deinen Herzensraum fließt. Dein Herzensfeuer in dir lobern lässt und die Dreieinheit in dir entfacht. Lasse nun diesen Lichtstrahl aus deinem Herzen in dein Sonnengeflecht hineinfließen. Spüre, wie ein goldener Lichtstrom deine Chakren reinigt und klärt. Lasse dich ganz hinein sinken in deinen Herzensraum und nimm ganz bewusst die Energien dort wahr. Dehne deinen Herzensraum weiter und weiter aus. Spüre, wie die Energie deines Herzens sich mit deiner Seele verbindet. Nimm deinen Seelenraum wahr. Die Energien, die Farben, all deine Fähigkeiten, deine Boten und Helfer, deine Seelenengel dich begrüßen. Sie laden dich ein mit ihnen zu der Reise in die heilenden Felder von Smarana. So rufen wir für dich, Erzengel Michael. Er wird dich auf deiner heutigen Reise begleiten. Vieles von dir nehmen, was dich hindert, in die neuen Energien einzutreten. So spüre, wie du höher getragen wirst, höher und höher. Du fühlst dich leichter, ganz leicht. Du genießt bereits die lichtenden Energien. So seid ihr nun an dem Platz der Transformation und des Neubeginns angekommen. Finde dich dort ganz ein. So steht nun, Erzengel Michael, vor dir. Du erkennst seine Freude, dass du hierher gekommen bist. Zur großen Transformation. Er erkennt deine Absicht und beginnt nun mit der Reinigung deiner Energien. Welche dich hindern, welche dich hindern in die höheren Dimensionen. Deine Selbstliebe und deinen Selbstwert zu erkennen und einzutreten. Erzengel Michael reinigt mit seinem Schwert alle Energien. Er tut es ganz behutsam für dich. Du fühlst, wie er dich befreit. Lasse es geschehen. Genieße diese energetische Reinigung. Lasse es mit der Musik geschehen. Lasse es mit der Musik geschehen. Die Transformation Erzengel Michael führt nun die Energien des Neubeginns zu dir. Er spricht, geliebtes Menschenkind, ich unterstütze dich, auf deiner Bühne des Lebens zu stehen. Den Mut zu erschaffen von allem, was du willst. Ich lasse dich deine Talente erkennen und umsetzen. Sowie spielerisch im Leben zu sein. Ich bringe dir deinen Mut, um dein eigenes zu leben. In der Öffentlichkeit frei zu kommunizieren. Ohne Lampenfieber und Ängste. Ich löse von dir Verlust und Versagensängste. Ich unterstütze dich, dein eigenes, all das, was du kannst, zu zeigen. Verstecke dich nicht, übe dich im Sprechen, im Kommunizieren. Rufe mich immer wieder, um alles, was dich daran hindert, aufzulösen. Ich bin dann im selben Moment bei dir und unterstütze dich, sodass es dir ganz leicht fällt. Genieße noch einige Momente die Energieeinbeton und lasse es geschehen. Geräusche 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 So wird es nun Zeit, wieder zurückzukehren. Die Energie löst sich auf. Atme tief und vollständig ein und aus. Sei wieder ganz in mir und jetzt bedanke dich bei deinen Seelenengeln, bei Erzengel Michael und bei deiner Seele. Freue dich, dass dies nun alles bei dir ist. Erzengel Michael möchte, dass wir das Leben erleben. Aktiv daran teilnehmen, Herausforderungen annehmen und keine Chance auslassen. So dürfen wir schwungvoll ins Leben gehen. Wir packen unsere Vorhaben an, anstatt nur von ihnen zu träumen. Jetzt können wir zeigen, was in uns steckt. So schön waren diese Energien. Nutze diese Reise immer wieder, um den Ausgleich deiner Energien zu erhalten. Die Reinigung deiner Energiekörper ist wichtig. Am Abend, bevor du schlafen gehst, beschreib uns die geistige Welt. Reinige dich und kehre in deine Ohrenergie ein. So können wir in der Nacht für dich arbeiten, während du schläfst. Wir tun dies gerne, wenn du uns rufst. Sind wir im selben Augenblick bei dir. Wenn dir meine Meditationen gefallen, freue ich mich auf deinen Like und dein Feedback. Abonniere meinen Kanal, so verpasst du kein Video mehr. Übrigens, wenn du mit der Energie von Erzengel Michael arbeitet möchtest, lies die Beschreibung im Engel-Medium. Den Link findest du unter dem Video, sowie all die anderen Links zu den Webinaren und den Mondreisen. Viel Freude mit den Energien. Bleibe im Licht. Melde dich gerne, wenn du meine Hilfe möchtest. Smarana Smarana うん. Uhm now. Ja. Mhm. Ja.